Herzlich Willkommen zu diesem Test und Unboxing. Wir haben für euch extra im Internet das allerbilligste Modelleisenbahn-Spielzeugeisenbahn-Set bestellt, das wir nur gefunden haben. 10 Euro neu, OVP inklusive Versandkosten. Ich glaube, billiger geht es einfach gar nicht. Und wir schauen einfach mal, was dieses Set so kann. Rail King heißt das Ganze. Der Zug, muss ich sagen, sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Ich vermute mal, wenn wir ihn auspacken, werden schon einige Mankos da sein, aber erster Blick ist ganz okay. Hier unten ist aufgeführt Lichtfunktion und detailreicher realistischer Spielzeugzug. Bin ich mal gespannt. Hier hinten ist auch aufgeführt, was da so dabei sein soll. Also wir haben hier einmal ein Gleis-Oval mit einem Durchmesser oder einer Weite von 68 cm. Länge ist wahrscheinlich die Streckenlänge 104 cm. Hier ist der Zug. Hier aufgeführt mit Batteriebetrieb. Die Gleise sind so zum Einklicken. Und ich vermute, das Ganze kommt aus Polen. Sieht zumindest für mich so aus. Auch hier die Internetadresse PL. Falls ich mich irre und das ein anderer östlicher, europäischer Staat ist, dann sagt es mir gerne. Aber für mich sieht es aus wie Polen. So, wir öffnen mal. Das Set ist übrigens hier nur so ein bisschen zugeklebt. Und schauen wir mal, was uns hier gleich entgegenspringt. So, wir holen als erstes mal die Lok raus. Die sieht, ich finde, eigentlich ganz cool aus. Also für 10 Euro mit Licht habe ich tatsächlich schon schlechtere Züge gesehen. Hier sieht man natürlich, dass das schon sehr, sehr billig aufgedruckt ist. Aber dennoch, für 10 Euro finde ich es eigentlich ganz okay. Irgendwie sieht die Lok sehr tief aus. Das finde ich ein bisschen komisch. Hoffe, das gibt keine Probleme beim Fahren. Aber das werden wir gleich rausfinden. Hier dieser Tender und was eigentlich ganz cool ist, die Kohle ist hier lackiert. Man muss zugeben, in falschem Farbton. Also so silberne Kohle habe ich zumindest noch nie gesehen. Aber sie ist immerhin lackiert. Viele hochwertigere Modelleisenbahnhersteller haben da nur so einen schwarzen Klumpen drin. Da finde ich das fast besser. Hier unten ist der Zug oder der Waggon ganz offen. Ist natürlich, ja, jetzt nicht so schön. Aber okay, hier die Kupplungen sind auch etwas speziell. So, als hätte die einer irgendwie selber dran gebastelt mit einer Schraube. Aber gut, wir sehen ja gleich, wie es funktioniert. Ansonsten, ja, von der Optik. Ich finde, das Lackierte da oben reißt so ein bisschen raus. Dann schauen wir hier mal weiter. Den einen Personenwagen. Der hat keine Scheiben. Gut, hoffe ich mal, dass es nicht regnet, wenn er fährt. Ansonsten, ja, ich finde den gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Er ist halt sehr leicht. Es ist nur dünner Kunststoff. Das hier ist ein bisschen schwergängig. Die Räder drehen sich auch schwergängig. Die ein bisschen besser. Ja, aber für 10 Euro, muss man wirklich sagen, sieht er fast besser aus wie manche anderen Modelleisenbahnwaggons. Muss man einfach mal so sagen. Von der Größe her, würde ich sagen, ist irgendwo so zwischen N und H0. So, dann noch den zweiten. Ja, der sieht identisch aus. Hier sehe ich keinen Unterschied. Auch der, finde ich, sieht ganz gut aus eigentlich. So, dann gehen wir mal zum Gleis. Das ist halt schon pures Plastik und auch so ein bisschen arg biegsam. Sieht auch nicht so gut aus. Hier sieht das ein bisschen aus wie so ein Kabelbinder. Vielleicht haben sie da alte Kabelbinder verarbeitet, keine Ahnung. Also, das Gleis ist schon optisch total daneben. Wie es funktioniert, das sehen wir dann gleich. Aber optisch auf jeden Fall ein Reinfall. Ja, insgesamt, mein erster Eindruck hier von diesem 10 Euro Set ist eigentlich ganz okay bisher. Vor allem als Kinderspielzeug. Schöner als ich dachte. Die Gleise sind ein bisschen, naja. Und dann würde ich sagen, ich baue es mal auf und wir testen den Zug in Aktion. So, Freunde, das Gleis so weit ist aufgebaut. Wir schauen mal, wie es so aussieht. Hält eigentlich ganz gut. Was mir direkt aufgefallen ist, der Zug hat unten an den Rädern auch so kleine Rillen wie ein Zahnrad. Und damit ist er doch recht gut verbunden mit diesem Gleis. So ähnlich wie so eine Zahnradbahn. Aber nicht ganz. Ja, optisch finde ich den echt ganz gut. Wir schauen mal von hinten nach vorne hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein chinesischer Zug. Ja, ich finde, da kann man eigentlich gar nichts sagen für das Geld. Für 10 Euro. Ja, jetzt die Quizfrage. Wer von euch hat eben gut aufgepasst? Wem ist aufgefallen, was gefehlt hat? Richtig, die Fernbedienung fehlt. Also wir haben ja kein Bedienelement. Das heißt, der Zug fährt einfach nur und man kann ihn quasi nicht richtig bespielen. Man kann ihn anmachen, ausmachen, mehr geht nicht. Wir haben hier diesen Anknopf. Den betätigen wir jetzt mal. Und dann fährt der Zug los. Und dann fährt er an Pferd. Und dann kann man eigentlich nichts mehr machen. Also für 10 Euro ist es wirklich eigentlich ein guter Zug optisch und ja, auch diese zahnradähnliche Technik funktioniert ganz gut. Ich zeige euch auch hier mal was ganz Nettes. Wenn man den so ein bisschen entgleisen lässt, dann fährt er trotzdem weiter. Seht ihr das erst draußen, aber durch diese Verzahnung kann er trotzdem weiterfahren. Das ist eigentlich schon ganz cool. Er fährt jetzt quasi so neben der Spur. Für Kinder vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir müssen festhalten, ohne Fernbedienung, ohne Steuerung ist es echt ein sehr, sehr schwacher Zug. Mein Fazit für kleine Kinder vielleicht eigentlich ganz nett, um mal ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen einen Zug fahren zu lassen. Wer auch Deko sucht für unter den Weihnachtsbaum oder was ähnliches, dafür finde ich, kann man das auch nehmen. Ansonsten Finger weg. Ihr könnt diesen Zug nicht steuern. Ihr könnt ihn nur an- und ausschalten. Er ist wirklich recht billig gebaut. Und ich möchte darauf hinweisen, jeder der ernsthaft in das Thema Modelleisenbahn einsteigen möchte, selbst im Kinderbereich, wird nicht drumherum kommen, ein paar Euro in die Hand zu nehmen. Aber dennoch für euch 14 Euro mal bestellt zum Testen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. So seht ihr, sobald es neue Tests auf diesem Kanal gibt. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund.